Untertitelung im Auftrag des ZDF Untertitelung des ZDF Untertitelung im Auftrag 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 des ZDF das wie früher haben mit einem script man das war schön der hat schon ak der daisy performer oder das perform warum hat er denn schon das ist ja ich kaufe ja so schnell ich bin ja mal gleich gespannt was neues im steam style ich will ein paar titel haben ich weiß noch als wir damals gbs hießen das war richtig ja wir waren voll die profis das muss man wir waren bei e-sports immerhin fast gesponsort worden ja ja okay das ist fast ein dreier gehabt zu haben man kann immer von der ziel dass man fast hatte ja oder hier wie ist der vollmilch vollmilch gehasst habe vollmilch gedürzt das war da weiß ich noch daten daten wir noch stress habe ich mit der mofa nach dir gefahren das weiß ich noch das war mal in den tag weil er irgendein scheiß gelabert hat so wo immer lang und wasser ich habe keine ja das gemacht worden ja ein liebster drinnen drinnen in dem das war er kommt Wo denn? B oder was? Okay, ich lenke ab schon. Wann, warum lenke ich noch? Einer ist down. Wo ist der andere? Ist die Bombe... rennt, warte. Nein, ich... Stopp. Ja, ich auch nicht. Ich bin tot. Oh, warum rennt der andere denn weg, ey, der Vollidiot. Ich hatte sie doch. Komm, leg... Oh, 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 jawoll. Meine Güte, ey. Der hat aber komisch geengt gerade. Ja. Ich hab aber selbst mal einen Lex gehabt, obwohl... Oh, ich hab die Bombe. Jetzt heißt es, was kaufen, ne? Oh, wie war das hier denn nochmal? AK. Wir können jetzt eh kaufen, wenn wir Waffengewalt jetzt eigentlich. Das ist all right. Würde ich sagen, gehen wir vielleicht links raus, ne? Die hat eine Schrupflinte, ne? Woraus? Rechts? Okay. Links hier. Links hier. Ja, 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 ich weiß wo. Beim Tor. Da brauchen wir mit Stefan. Komm mal. Unten oder wo? Ah, das gibt's doch nicht. Down. Bei meinem Pink stimmt irgendwas nicht. Leg, leg, leg. Durai, leg die Bombe. Was? Ja, ich war noch dash. Der kommt gewand. Boah krass. Wie einer, brauchst du Durai doch nicht erzählen. Da hinten. Oh, was? Oh, was? Oh, was? Der ist zu groß. Ich bin der altige der gestorben ist, ey. Du bist so ein Kacknug, Mann. Wie früher. Du wirst. Oder wo, 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 wo Dragan damals die, äh. Ja. So geil, ne? Oh man, ey. So, nochmal versuchen. Ja, wie ich sagen. Let's go. Der vor, dass er Munition kauft. Der vor, dass er Munition kauft. Ja. Klick, 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 klick. Ja. Hier ist der Behalter, da einer mit der A von mir. Ach, was tust du? So auf mir. Flash. So direkt auf den Bomben-Spot drauf. Rechts ist einer. Ich blende die Lauf, der von der Renate. Wieso steht der denn? Der ist voll im Headshot. Nein. Ich hab sie nicht. Wer hat die Bombe? Wer hat die Bombe? da war ja wieder los. Ich hab' dadurch nicht zu können. Scheiße. Verdammt. Der läuft grad immer woanders, ne? Ich hab' keine Ahnung. Ja, das verdammt. Komischer DAS. Alter, du hörst das, äh, hört der das nicht, oder was ist los? Alter. Der Daz, Mann, der ist ja wirklich verfeiert ein bisschen, ne? Ey, weißt du, wo du geschossen wirst, oder? Ah, Junge, ey. Spielt der, spielt der keine Boxen? Das ist Pro-Gamer. Blind und taub. Ja, der spielt Mono. Ehrlich, ey. Ja gut, aber ich kann... Ist das fahrend, oder was? Einfach euch nicht. Nee, ich konnte mir leisten, mehr als genug, oder? Guck mal, was mir oben her anrichten kann. Ich geh nicht Wasser, um die langen. Ja, ich komm mit. Du, Räuber, bist du Wasser? Ich geh um die, über die Brücke, dann, wenn ihr durchs Wasser geht. Ich mach Granaten. Granate ist geworfen. Geh hoch, rechts, nach A. A, nice down. Granate. A ist frei. Wer hat die Bombe? B ist auch frei. Nice. Ich leg die Bombe auf A. Oh, da kommt einer wie zusammen, so A, so. Bei B. Ja. Der geht jetzt wahrscheinlich Brücke rüber. Ja, nice. Nice. Nein, wann, um P. Ja, ich weiß nicht. Ich hab die, äh, ich hab die Bombe. Insiderary Grenade. Ein Togblocker, so richtig, ne? Bombe, ähm, wo, äh, unten lang? Ja. Dach an, Christian, wo auch was den Sinn macht. Wasser. Nee, Wasser. Wie gehen wir? Ich geh dann wieder in Brücke, lass mal oben, 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 oben. Alles klar. Gleiche Sache, wie gerade. Ich werfe oben Granate rein. Dann treffen wir uns wieder auf A, wenn's gut läuft. Da. Oh, echt genauso. Egal. Weiter, 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 weiter. Go, go, go. Rein. Scheiße. Ich hab noch genug. Ich geh rein. Da kommt noch einer von hinten. Wo wir herkommen. Oh, Team Kill, sorry. Achten soll, ich bin hinter dir gleich. Team Kill, guck mal. Gott, das vor. Direkt da kommt gleich ja irgendwo einer. Church, na, du hörst mich schon. Geblendet. So. So. Das war schön. Der hat sich ja schießen lassen, ey. Wo du ein blindes blind warst, keine Ahnung, was der gemacht hat. Jetzt Zeit drum zu snipen, Mann. Wie ein richtiger Pro. Eigentlich kann ich's nicht. Ja, dann geh ins Häuschen, wenn du snipen willst. Äh, Bunker oder was heißt Häuschen? Über die Brücke, ja. Geh wieder unten lang. Werf. Granate. Der erste ist schon da hin. Granate ist auf. Ich geh auf A. Auf B, oder? Ja. Ja, nein. Schauen wir ran. Schauen wir mal so, man muss sich am Schlawiner, ne? Ja, das ist ja oft so, ne? Sobald du, ähm... Oh, ich hab die Bombe. Ich mach mal hier. Keine Ahnung. Da. Wo, wo, Mann. Warum das denn? Achso, du wolltest snipen. Ja, ja, alles gut. Ähm, selbe Sache nochmal? Oder sollen wir auf, äh, B gehen? Schauen wir nichts raus mit der AWP? Ja, okay. Lass uns, ja, 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 ja. Ja, das ist gut. Ich glaube, man legt jetzt nicht alle weg, ich will jetzt ihren Kopf zeigen. Ja, okay. Vertraue schon. Ja, ansonsten... Sicher. ...hassen wir dich heute Abend. Bulls. Ich hab direkt ne Flash, und dann bleiben wir einfach durch, oder? Ja, schon, oder? Okay, weiter, weiter. B auf B auf B auf B auf B auf B. Du legst nicht, steckst. Ich blende die Bombe. Ist gelegt. Da kommt einer, die die Treppe da... Granate? Ich hab keine mehr. Bin in der Kamer, ne? Ich dachte gerade, ich, äh, kann mit... ...Kuh melden, ey. Scheiße, das geht. Da kommt noch einer durch die Double-Doors, pass auf. Kucke. Ich kucke ganz angestrengt. Man kommt wieder so geil in, 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 in den Flow. Das ist echt krass. Das macht gerade übel Spaß, wie das, wie früher. Richtig schnell, ja. Richtig krass. Ja, ich sag ja, das war es nicht zeitlich. Ja, auf jeden Fall. Weiter, 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 weiter. Ja. Nice. Ja, es ist, es ist wie früher. Ja, es ist richtig cool gerade. Mach übelst Laune. Nur, dass ich eine Granate getauft habe, war ich nicht so drauf. Aber ich hab auch keinen Bock, über dieses Menü da rumzugehen und so. Das geht eigentlich nach der Zeit, finde ich. Ich hab mir gerecht, die AWP. Ja, es ist mit der Malotor-Fahrpapierung und ich fand es anfangs richtig scheiße, ich habe eine Flash-Halt. Ja. Ja, was ich, was ich auch nicht schlecht finde, ist, dass wir jetzt, äh, jetzt, jetzt gerade, dass ich noch diese Flash-Halt hatte. Ja, ich konnte ihn dann blenden und dann so, ähm, sofort rein. Ich geh auch wieder, äh, mit raus, ne? Flash-Bang. Wo ist die Granate? Das ziehe ich ganz drauf. Scheiße. Ah, ich bin down. Tommy hat mich ja schon... ...mit ner AUG. Ich hab den von mir. Ja, perfekt. Wache, Mann. Oh, shit, ja. Das ging schief. Ja. Warum, du hast ihn doch da? Fuck, ich hab einen... Ich hab einen Tinkle. Ja, gut, hab ich auch... Wen hast du denn? Keine Ahnung, wie der heißt. Ich hatte... Ich hatte Daisy-Performer. Das. Ich nenne... Ah, da ist Double-Doors bei B raus. Ja, nice. Sehr schön. Oh, ey, 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 ey. Ist nice round, du, ist nice round. Ich hab, ich hab mich wieder dient. Hast du gut gemacht. Sorry, Frau Timke. Mama, wir stolz auf dich. Ja, Mama hat aufgehoben. Mama ist stolz, ja. Ich hoffe doch, Mama stolz ist. Ähm, ich geh unten lang. Wasser. Wer kommt mit? Nope. Ja, nice. Ah, der B-Blatt hat wieder oben mal. Ich werfe... Flash ran. Nee, tu. Flashbang ist drinne. Warte, ich werde verterschauen. Vorne, wo ich gehst. Flashbang, Flashbang, pass auf. Okay. Alter, nur noch 6 HP. Ich weiß gar nicht, wo die alle gerade sind. Tommy ist in dem Haus drinne. Bei der Brücke. Ja. Wie kommt man eigentlich, ähm, an diesen einem, äh, Nebentunnel hoch? Bei dem Wasser unten. Bei A. Den kenn ich nicht. Nebentunnel, was war ich? Ich weiß auch nicht, was du meinst. Ja, ja, da wo, äh, Duray gerade so kurz lang gelaufen ist. Äh, äh. Eigentlich ist die selbe Map. Ja, 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 genau, bei der Treppe hoch. Und da ist direkt auch so ein kleiner Gantt weg. Ja, ja, der ist verbunden mit der Tür, wo Christian gerade hingeht. Ach so, okay. Mehr ist das nicht. Eine ganz winzige Änderung. Ja, die kannte ich nicht. Ich dachte, man käme von, ähm, woanders hin. Die werden sehr wahrscheinlich von da kommen, auf jeden Fall. Nice. Sehr gut. Das hab ich ja gar nicht gehört, bevor wir mitbekommen sind. Ja, doch, ich hab's gehört. So ganz kurz. Ja, ich hab noch ein bisschen Trämmel gehört, ja. Jesus. Ja, dann wird er auf Zeit für schwere Waffen hier. Äh, die Negev muss her. Boah. Jetzt trocken. Ja, ist immer krass, ne? Aber man möchte ja auch nicht verlieren. Du bist ja auch live in der Aufnahme, Mann. Mal Treppe, weil, äh, ich geh hier mit der Negev schon ab, glaub ich. Ich hab, ähm, die Bombe, ich hab die Bombe. Wo gehen wir lang? Ja, das ist... Ich bin links raus, direkt. Links raus, direkt. Oh, shit. Ich hab grad nicht so irgendwo, wie ich dachte. Flashbang. Da ist ne Manager von der Double-Doors. Ah, es ging auch ganz gut. Oh, ist gelegt. Doch nicht. Was hat der denn gerade gemacht? Ich, ich, ich dachte, ich hatte gelegt. Und dann doch nicht. Ich spreche auch teilweise zu. Ah. Ah. Die Zahl ist fertig und dann auch, aber auch. Ja, genau. Und, ähm, es war einer vor mir gewesen. Aufgrund dessen hab ich einfach mal... Ähm, unten? Oder Doors? Ah, Doors. Oh, ich gehe durchs Wasser, dann durchs Wasser, dann durch die Treppe hoch und werde ne Blend reinwerfen und dann mit der Neger für alles nachvollziehen, ohne nachladen zu müssen. Plan. Ich werfe ne Blend oben rein direkt. Ja, ich ne, ich ne normale. Ich werfe die Blend gleich die Treppe hoch. Noch eine rein. Ich hab keine Granate. Und go. Ja. Ah, wird auch geblendet. Sorry. Ah, die ist recht überall. Ah, überall. Alter. Aber mit diesem Extragang ist das irgendwie voll die Todesecke. Ja. Feuerdommen gemäht. Das war richtig schlecht jetzt, ey. Leg die Bombe. Leg die Bombe, please. Please plant. Plant the bomb. Er läuft erstmal wieder. Tüüüüü. I'm plantin'. Gut. You're doing great. You're doing great. Ist der, der eben so apathisch im Kreis gerannt ist, oder? Ja. Ja, ja, das wird ja so ein bisschen schmackig. Das hat sich immer gut positioniert. Ja, er ist neu. Ich kipp ihn nicht. Hab so's gefilmt. Da ist er aber gut. 6,5 von ganz oben nach ganz oben. Ich treff grad gar nichts mehr, ey. Wie früher. Wo ist denn die, 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 die auch? Die, die Sieg. Bei Gewehre. Die wird bei Gewehre sein. Was heißt eigentlich F halten, um die Waffe zu suchen? Ist hübsch aus, ja. Warum soll ich F halten, um die Waffe zu suchen? Was bringt das? Ich hab sie auch, die Sieg. Jetzt geben wir ihn. Wo wolltest du lang? Ich gehe von Action so und hier durch. Da, wo man das lösen kann, ne? Schön zoomen. Auf. 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 Ich bin da ab, sind die Scheiße gewesen. Scheiße, ich muss nicht. Die denn alle, Mann? Einer war direkt auf B. Tommy geht über den kleinen Part. Double-Doss, kommt gleich noch einer. Bei D. Ich pack sie dir von hinten. Ich komm mit dir mit. Wir sind die letzten beiden, ich bin mal 19. Yay. Nicht ankündigen. Ach. War gut, der ist voll da hinten reingeflogen. Was ist der denn? Oh, Link. Ich hab noch die Granate. Grob denn. Oh, Tobias, du kennst den Kaut. Krass denn. Ja, Tommy kommt jetzt. Ist down, ist down. Einer ist down, einer ist down. Nee, links noch vor dir. Scheiße. Oh, einer zu viel halt noch. Schade. Warum können die Touristen den Timer nicht einfach kürzer stellen? Echt? 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 Wir müssen den Kauten immer eine Chance geben, ne? Ja, komm, jetzt. Sie gewinnen jetzt zum zweiten Mal. Zum zweiten Mal gewinnen sie schon. Ja, Mann. Krass. Oh, ich glaube, ich wehre hier. Der Schnellschuss-Sniper. Oh, ich muss sagen, die Sieg oder was ist das? Das ist schon ziemlich braun. Ja, was? Was war nochmal die Paramount? Bei schwer, ich glaube es. Bei schwer. Nicht die teuerste. Die Megapist ist die teuerste. Sander ist die Farbe. Ah, genau. Lass die Kippen. Oh, Junge, ey. Ja, tut mir leid. Tut mir leid. Nein! Ey, das ist auch dieses... Lang. Oder oben lang. Bam, sniping mit der Fahrer. Ich hab's gesehen, ja. Den Wort ummähen und dann... ...bei er schweißen. Das ist total doof. Ich lass immer die rechte Maustaste gedrückt, damit ich visieren kann. Ah. Auch BR-Krankheit, ne? Ja. Bam. Dass keinen kommen. Dann, 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 dann. Ich hab die Bombe. Das ist die letzte Runde jetzt, ne? Glaub ich, vorm Wechsel. Ja. Bombe, äh, wir gehen durch, äh, durchs Dorn. Zu B. Du Alba Retter und Para. Sehr schön. Ich liebe die Möff, ey. Das ist genau wie früher. Ich bin gerade so geflasht wieder. Ja. Wir müssen das viel öfter spielen, ganz ehrlich. Wir haben diesen Extragang, finde ich, ein bisschen... Ja, der, der ist auch kacke irgendwie, weil der ist, der ist zu kurz. Ganz ehrlich, anders. Nein, der ist anders. Und wollen wir jetzt nicht. Flashbang. Oh, der Scheiß. Bitte. Geh weg, geh weg. Bombe ist bei A, äh, bei B. Wo seid ihr alle? Hasen? B. A. Ich bin nur A. Rock, 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 rock. Boah, Double Doors. Bleib da, Tobias. Die kommen da gleich. Da, wo das A steht. Da müssen die gleich durchkommen. Die Nema schadet den langen Weg. Eintritt sicher jetzt. Opfer dich, Tobias. Schade, aber die Nema schwindet der Flaschrauber. Ah, ja, ich bin gegen den... Ah, gegen diese Scheiß... Ja, gegen die Kante. Ja, aber lang genug aufgeholt. Die Balken da, ne? Ja, ja, genau. So, mehr als zwei gewonnene Runden kriegen wir wohl hin, oder? Ach, sicher, mehr, oder? Weiß nicht. Dieser Helikopter erinnert mich. Der hat uns abgeworfen, Mann. Sei froh. Sonst könnten wir nicht kämpfen. Boah, wo ist die so liga? Ich hab da Granaten entschärfer. Ach, ja, warte. Das Wasserrennen. Ja, dann hat er... Oder, warte mal. Hier rechts. Wo bist du denn? Ja, und auf die Double Doors von denen Granaten gewerfen. Okay, ja, ich hab jetzt den... Entschärfer, ne? Das Diffused Kid. Ja, ist okay. Schade, kam keiner raus. So schön gewesen. Egal. Dann durchgehen, oder? Die sind alle Wasser. Reingehen rein. Ja, die sind Wasser. Unten. Einer ist down. Bombe ist gelegt. Wo ist die Bombe, verdammt? Vielleicht A. A. Ja, ja, ja. Okay. Ja, ja, A. Ich hab das... Geh, 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 was du auch? A, geht schnell, A, geht schnell, A, geht schnell noch. Hab ich auch. Okay, geht das? Sind alle tot, ne? Okay, passt schon. Ja, ja. Ach, das war einfach mal Leute erschossen. Die Flüsse hat mir selber zu durchführen. Es ist immer der blaue Draht. Wisst ihr das eigentlich? Ach, halt die Fresse. Das stimmt überhaupt. Du hast ja keine Ahnung. Das mit Fresse war nicht so gemein. Tut mir leid. Ist in Ordnung, ist in Ordnung. Ich kann das nachvollziehen. Ich hab's verschonnen, ich hab's verschonnen, ja. Wir sind Oscar Mike. Ich kann das nachvollziehen. Ich würde mir auch immer sagen, ich halte die Fresse, wenn ich mich reden höre, ey. Jedes Mal, ne? Hier soll doch endlich mal sein. Ich gehe durch die Double Doors und gehe kurz nach A. Ich will das. Ah. Wir sind an der Brücke, ist einer und Wasser ist einer. Tommy ist tot. Ah, du hast ihn getötet, gut. Ich bin fast gekillt, Mann, aber nur fast. Ja, nice. Nice one. Ich hab gar keinen gesehen. Naja. Sorbin überstand drei aufeinander folgende Runden, ohne zu sterben. Ich bin der Beste. Was? Ich bin voll im Bohr. Werf ich den Breitgranate vom Kopf, so. Was? Ich seh sogar, was ihr kauft. Wie geil ist das denn? Ja, ich weiß. Ja, man sieht das über den Leuten, ne? Das ist schon hart. Ich hab recht aufgeachtet. Das ist voll der, aber. Ganz, mein Äffchen. Oh. Oh. Ich gehe, ähm, Wasser. Ich hab Wasser eingekillt schon. Ich hab ein P90. Die sind oben noch, äh, am Anfang quasi. So, da warten sie. An-Arm-Spawn. Das ist ziel. Shitty Teammates, can do shit. Inter-Offensive-Weapon-Case. Das ist ja richtig wie Dota jetzt. Ja. Kriegs-Waffen-Säge. Ach, haben wir jetzt schon gewonnen. Kein Schlüssel für die Kisten. Ich bin nicht. Ja, super. Der Hund war der Beste. So, Aufnahme zu- Ja, die Aufnahme ist zu Ende. Wollt ihr noch Schiss sagen? Dann könnt ihr es jetzt tun. Ciao. Äh, ciao. Mit V. Okay, bis dann. V, genau. Jo, sollen wir noch ne Runde? War ja mal Spaß. Von. Do. Untertitelung des ZDF, 2020